Hallo, mein Name ist Walle. Ich komme aus Leipzig und ich stelle euch heute mein Setup vor. Ich fahre ein 8125er Emilia-Brett. Das müsste irgendeine Team-Serie sein von Emilia. Dann fahre ich Venture Highs, 2.5, 2.5, passt zum Brett. Rollen bin ich TX Sports mäßig unterwegs, 52mm. Fährt sich super. Im Kugellager habe ich Bones Reds, fahre ich schon mein ganzes Leben altnewig. Rollen immer noch. Die Bashings habe ich drin gelassen, die sind Original Venture, die lenken gut. Grip Tape fahre ich TX Sports. Ist am Anfang schön rau und bleibt eigentlich auch so. Kann man nicht töten, das Brett. Dann habe ich das so schön noch mit ein paar Stickern veredelt. Adidas, TX Sports, Pushing Through, Stand Socks. Natürlich Skate Factory. Ja, und aus dem Ganzen war das mein Setup. Dresst, ich habe noch mal wieder aufgenommen. Schau, schau, schau! rose Mexiko Wälder, von ihm, 6.0, 10.0, 10.0, 10.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0, 11.0,